Herzlich Willkommen bei Stumpfes Trumpf und wieder am Bildschirm von Sonics 555 und heute let's playen wir mit euch Shoot Mania! Achso ich bin übrigens auch der Nissan Raider, ne? Ja das interessiert eh keinen. Das war auch ein fetziges Hallo von mir. Erstmal wieder ein bisschen unter Strom zu kommen. Wir haben ein bisschen länger nicht Shoot Mania gezockt. Wird mal wieder an der Zeit, schon ein paar Tage her. Ja? Richtig, richtig, richtig. So. So, welchen Mode spielen? Wie heißt der Mode hier nochmal? Ich verwechsel das immer noch. Battle! Das ist jetzt Battle, ne? Du hast doch den Server ausgesucht. Ne, du hast den Server ausgesucht, weil die Noob auf meinen nicht rausgekommen ist. Die hatten eine Angst vor mir. Deshalb haben sie ganz schnell neue Spieler gesucht. Wahrscheinlich. Richtig. So. Da ist die erste Runde vorbei. In welchem Team bist du eigentlich? Im roten. Wir sind im gegnerischen Team. Hihihi. Das macht Spaß. Noch. Noch? Gleich weinst du wieder. Na na, dann wundern sich unsere Zuschauer, warum wir wieder 18 Tage brauchen für ein neues Let's Play für Shoot Mania. Weil du dich weigerst mit mir zu schwimmen, so ein kleines Mädchen. Das stimmt so nicht. Neu. 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 Ja, siehste? Fängst du jetzt schon an zu weinen. Zurecht, ich gank ja auch den Tunnel. Ja, weil du nichts anderes kannst. Nö, kann ich auch nicht. Ah! Ah! Macker! Lass mich doch alle durch. Fock. Fock? Hm. So. Ich weiß ja nicht. Nein. Oha. Oha. Ja, im Tunnel rum Wursten ist scheiße. Ja. Richtig. Man kriegt so oft eins auf die Mütze, ne? Mhm. So. Ach, das ist so herrlich, ey. Ah! Sehr schön. Ich hab lange durchgehalten. Also, mein nächstes Ziel ist, dein Team zu besiegen und dir, ähm, einfach einen besseren Platz zu haben als du. Ja, ja, ja. Ja? Ich muss hier erstmal Gegner finden. Gegner? Ja. Ich wüsste mal auch rum zu hopsen. Und da kommt noch ein nächster Scheiße. Ja, beschissener Start für mich, aber ich hab das Spiel jetzt schon in der Tat ein paar Tage nicht gezockt. Ja, ja. Du findest immer eine Ausrede, ne? Ja. Hätten wir eben auf dem anderen Server gezockt. Da hab ich in der ersten Runde, bevor ich überhaupt gestorben bin, schon zwölf Punkte gemacht. Ja, ja. Was schrieb der eine YouTube, ähm, was stammt denn da? Ein YouTube-Kommentar? Du bist ein Nu? Nein, nein. Das steht gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Bügengeschichten. Auf jeden Fall. Ach, Quatsch. Doch. Genau. Caspar, Balthasar und Melchior sind auch bloß eigentlich Sterne gefolgt, denen nur sie sahen. Ach so. Von sie da alles. Ja, ja. Sehr gutes Kommentar, ey. Hat ein bisschen gedauert, ne? Ja. Es ist ja auch schon spät, ne? Es ist ja schon Viertel von neun. Mhm. Hast ja Chris jetzt auch einen Ball in die Schnauze. Hihihi. Oh, ja. Oh. 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 Oh, wir sind in der Angriffsphase und jetzt zäpft keiner. Ich glaub's nicht. Oh. 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 Ich beschwere mich nicht. Wir haben ein gutes Team. Ich glaub, wir müssen mal ganz schnell mal hier auf dieses Ding drauf gehen. Ich glaub, die checken hier. Ah, okay. Besonderes. Sehr schön, wir haben einen Turm, Robert. Ach du Scheiße. Das war nicht sehr nice. Der hat mich anerledigt im Tunnel. So. Eben das, was ihm zusteht. Ach ja je mini. Wieso sind wir wieder im Verteidigungsmodus? Der Angriffsmodus ist doch gleich schon wieder vorbei, ey. Oh. Ne, leider nicht. Scheiße. Irgendwie. Irgendwo zieht ihr uns. Hm. Zack. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo. Na. Verdammt. Alter Schwiedel. Das kann doch nicht angehen. Steht 45% zu 49%. So. Muss ja auch mal ausgeglichen sein. So. Haben wir einen weggemacht hier am Turm. Egal, nochmal kurz angetappt. Kann es sein, dass sie Fußgeräusche mit eingefügt haben? Inwiefern meinst du? Laufgeräusche, oder? Ja. Das ist mir auch so ein Fußgeräusch. Fußgeräusch. Ey, ich habe ein neues Wort gefunden, ey. Fußgeräusch, ey. Naja. Waren die vorher schon da? Weiß ich nicht. Ne, ich glaube nicht. Sehr schön, das Spiel entwickelt sich weiter. Ja, ich tapp, ich denke hier auch gerade nur so ein bisschen sinnlos am Tunnel rum. Ich weiß. Ja, du dreckst auch. Das war ich die ganze Zeit. Nein. Bist du tot? Ja, leider. Ähm. Ich habe auch gerade nicht aufgepasst. Wir sind in der Angriffsphase und ich hühne hier rum. Und jetzt hätte ich eigentlich den Tunnel dicht machen müssen. Nicht eben. Aber hier kommt auch nichts in die Gänge, ne? Heißt du? So. Hey! Ja, so schnell geht das. Und schon sind wir wieder im Angriff. Warum sagst du mir nicht Bescheid? Dass ich im Tunnel bin und die in die Schnauze schieß? Ja. Mach ich jetzt. So, Bescheid. Ja, guck mal. Dein Teammate ist schon tot. Ich hatte einen Teammate. Ich hatte einen Teammate. Wo bist du denn? Ja, der kam durch den Tunnel. Nein. Jetzt haben wir uns wieder synchron getroffen. Ja, je, je. Jetzt mach ich auch mal ein paar Abschüsse. Ja, ja. Doch. Nein, ihr gekriegt. Nein, das ist unentschieden, ne? Ja. Ne. Was, Alter? Oh, total. Oh, total. Plus 19. Das lässt sich doch schon sehen. So, jetzt bin ich 8er. Und ich bin 0. Oh, wir sind ja auch eine Runde später eingestiegen, ne? Du bist schon 9er? Ja. Hast du aber ganz schön geohnt, du Dreckser. Muss ich dir mal ein bisschen mehr in deine Schnauze schießen. Oh, block mich nicht. Man kann auch schnell laufen im Tunnel. Wieso sind wir schon noch verteidigen? Komm mal ruhig da runter in kleine Dreckser. Nein. 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 Hast du mich zweimal getroffen? Nein, nur einmal. Aber es... Das dank mir. So. Ja, aber ich hab da für einen anderen weggehauen. Ach ja. Wie kannst du mich auch hier prunen, ne? Oh, und wieder verteidigen uns. Was bringt eigentlich diese Pizze, wo du nicht schießen kannst? Lassst du mir das mal sagen? Äh, da kriegst du einfach pauschal schön auf die Schnauze. Ach so. Ja, dann geh ich doch nochmal da drauf, oder nicht? Und du sowieso. Ich? Hm. Damit du auch mal da drauf hast. Guck mal, wir haben schon den Turm erobert, ne? Ich war jetzt nicht, stand fast daneben und hab nichts gemacht. Ja. Also so kann das ja auch nichts werden, ne? Ne. Das ist immer geil. Das ist immer geil. Man muss immer nur auf den Turm schießen. Meistens redet da einer rein. Richtig. Wie die Glamminge. Shit. Das ist auch die Punktzahl. Plus 6 erst. Also so geil ist die Punkteausbeute hier auf dem Server aber auch nicht, ne? Hast du wieder so einen grünen, so einen Noob-Server genommen. Ne, finde ich gar nicht. Also ich mach gut Punkte. Ach. Deine Mutter macht gut Punkte. Hm. Da schießt er seine Rotze dahin. Nein. Okay, auf B seid ihr. Wir sind überall. Und nirgendswo. Hm, hm, hm. Und nirgendswo. 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 Hm. Oh, Sonne, ey. Nichts gesehen. Kannst du nicht in die Sonne schauen? Ne. Es ist sehr klug in die Sonne zu schauen, habe ich gehört. Wieso kann ich mich nicht wie bei COD oder irgendeinem verfickten anderen Shooter mit zur Seite lehnen? Weil es hier um Skill geht. Ich bin nicht rum. Wenn es hier um Skill gehen würde, dann würde dein System schon eine Fehlermeldung ausgeben, wenn du die Echse anklickst. Nein. Das ist einfach hier... Ja, das ist E-Sport neu, ne? Einfach auf ein Minimum reduziert. Oh! Finde ich ehrlich. Nein! Alter, 90 zu 3. Aber ich spiele mir hier auch eine Rotze zusammen. Jetzt habt ihr das Ding eh im Kasten. Ja, klar. Was denkst du denn? Naja, vielleicht kommen wir ja nächste App zusammen. Hm. Ah! Du machst doch auch Punkte. Ich weiß gar nicht, was du hast. Plus 15? Ist doch in Ordnung. Oder nicht? Ja. Ja. Ich rede mal nicht. Ich konzentriere mich mal auf... Ja, ich warte, dass jemand durch den Tunnel geht. Kannst nicht mal durch den Tunnel gehen? Ich bin im Tunnel. Nee, nee. Durch diesen... Ja! Scheiße! Ich hab'n geilen Spot gefunden. Oh, verfehlt. Einen geilen Spot? Wo denn? Oh, jetzt stehe ich aber episch. Oh, nein! Oh, jetzt war ich ja gerade... Kannst du mit deinen Leuten nicht nochmal da hinten durch den... durch den rechten Gang gehen? Ja, kann ich machen. Vielleicht sind wir eh im Angriff. Egal, ich muss nach vorne. Oh! Boah! Aber richtig neu. Nein, ihr habt einen Turm, Robert. Das dürft ihr doch nicht. Du kannst, Steven, wenn du da hinten in deinem Bunker stehst, ne? Ja. Dann kannst du dich, wenn du ganz nah an die Seite gehst, dann kannst du mit dieser Lasergun auf einen dieser beiden Tunnels zielen, wenn du seitlich durch die Map gehst. Durch den, wo wir hier gerade kämpfen. Da kannst du dann rauf schießen. Müsste auf der anderen Seite bei dir sein. Ja. Ich habe gerade geguckt, was der andere Typ nochmal... Und die Leute, die sehen das nicht, dass du da rauf ziehst von da hinten. Und die müssen aber gerade durch. Das heißt, die können kaum zickzack laufen. Das ist relativ leicht, die da rauszusnipern. Relativ. Relativ, ne? Ja, ich habe irgendwie sechsmal geschossen und irgendwie vier Treffer oder so. Also jetzt... Also doch zufriedenständig, oder? Ja, es ist schon ziemlich... Im Verhältnis zu den anderen Dingern ist es schon recht einfach. Gucken wir, ob ich da nochmal... Nein! Ha! Dann ging ich gerade durch den Tunnel und denke mir, jetzt bleibe ich ihn schnell ab. Aber nein, der schießt mir gleich so eine blöde Tunnelkugel ins Gesicht. Nein! 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 Oh, da war noch ein Schuss drin. Ich habe nicht richtig zugehört. Ah, schade. Wir hätten das noch drehen können. Hätten wir ein bisschen mehr Zeit. gehabt. Hätte, 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 ne? Naja, aber... Wer am Anfang so fällt, hat es auch verdient, zu, zu losen. Nein! Ich glaube... Guck mal, schon fünfter. Ich arbeite nicht vor. Ich bin sechster. Und du bist fünfter. Scheiße! Das ist nicht in Ordnung. Doch, doch. Das ist not nice. Das ist überhaupt nicht nice. So, wo seid ihr denn? Ich dachte, ich komme da raus. Immer dieses Tunnelgeplänkel am Anfang. Ja, da gehe ich auch schon gar nicht mehr am Anfang hin. Doch, mir macht das Spaß. Das gefällt mir nicht. Also, ich habe übrigens auch festgestellt, es ist gar nicht so klug, so viel zu springen. Ne? Also... In gewissen Situationen natürlich ist es hilfreich, ne? Aber man braucht hier nicht wie ein Karnickel auf Speed irgendwie durch die Gegend rumzuhobbeln, ne? Ja. Und dann, 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 dann. Oh, ey, wie die Ratten, ey. Als ob ich gerade eben in einem Bienennest gestochen hätte. Am Turm, warst du dabei? Nö, ich bin ja gerade im Tunnelraum. Achso. Tunnelnutter, ey. Ich fühle mich hier so sicher. Ich fühle mich hier so sicher. Dann schieße ich wieder durch den Gang. Wir sind schon wieder im Angriff. Diesmal kassiert er aber. Na shit, der ist schon durchgetapft, ne? Na klar. Oh, wir sind immer noch im Angriff. Wieso das denn eigentlich? Scheiße. Wieso habt ihr wieder einen Tunnel? Wieso steht es? So. Sich da erstmal aufräumen oder was? Ich glaube, meine Teamkerneladen können einfach nichts. Ich finde, fürs Tappen sollte man aber auch irgendwie Punkte kriegen. Kriegt man nicht schon Punkte? Weiß ich nicht. Also ich meine, man kriegt... Doch, ich meine, du kriegst auch Punkte, Angriffspunkte, glaube ich. Oder Eroberungspunkte. Ja. Du hast ja hier einmal Eroberung, Angriff und Death und Treffer. Mhm. Natürlich mach's. Alter Schwede. Na? Blöde Drecksäule. Ist er noch rangekommen an den Tower. Warte, ich muss gleich erstmal ein Stück trinken. Oh, sind... Ja. Bist krank, ne? Ja, ich... Mal wieder. Tja. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Ich bin härter. Ich bin der Gärtner. Ich bin hart. Hart, hart. Weich, weich. Halt. Halt. Ich bin so hart. Alter, einfach ein Schuss, ey. Achso, jetzt müssen wir noch erobern hier. Oh, was? Das haben wir auch noch nicht. Boah, was war das denn? Mal kam da was von oben, ey. Krasse Sau. Toi, jetzt kommt hier keiner, oder was? Ah ja. Seh ich nicht. Oh, leck mich doch. Du dummer Moshi. Was denn? Bist du das da? Ne, ne, ach. Ich hab mir die ganze Zeit rumgedümpelt an. Boah, was ein Aim-Shot. Alter. Ja, der Typ stand in unserem Bunker. Ja. Und wollte von oben mich wohl wegsnipern. Und ich bin im Runterspringen, hab ich nur einmal rauf geschossen und mir in die Schnauze geschossen. Ah, das muss ich nachladen. Nachladen? Als wenn das Ding nachladen kann, bist du eine kleine Drecksäurein. Ich denn? Attack. Nein. Das Raider hat sie eliminiert. Yeah. Du dummer Hure. Ach ja, aber irgendwie habt ihr immer noch mehr Punkte. Das ist doch nicht schön so, oder? Kann man ja rauf. Kann man ja rauf. Ja, man kann ja auch springen im Spiel. So. Wo sind wir eigentlich? Oder wo bin ich? Oder wo ist hier die Action? So, irgendwie. Nee, das läuft irgendwie nicht so wirklich. Gerade. Oh, jetzt treffe ich keinen, wo ich endlich mal wieder die Möglichkeit hab. Fuck. Wie die Dreckschweine. Hm. Ich glaub... Da hinten müssen wir noch tappen. Wir steuern auf ein großes Finale, ne? Hin? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass hier gerade vier Leute auf mich schießen und du hast mich wieder eliminiert. Na klar. Nur um die Angriffsphase weiter zu tappen, bin ich da vorne rum gehühnert. Ja. Aber ihr habt die Runde gewonnen. Ärgerlich. Wie soll's doch anders sein. Mhm. So, wie sieht's denn von den Punkten aus? Guck mal, ich hab schon wieder 19. Du hast ne 11. Ja, scheiße. Wo bin ich überhaupt? Ich bin sechster. Du bist immer noch fünfter. Ich bin immer noch fünfter. Ja. Na warte jetzt. Ich glaub ich streng mich mal an. Ne? Hättest du deine Mutter spielen lassen. Ja. Die mach dich auf alle Fälle, ehrlich. Ich glaub nicht. Bössens ein Tetris. Ne, ein Facebook-Spielende. Ja. Ja. Du hast die Pro. Ja. Steven. Alter. Höscher. Weiter. Guck mal, wir wollen dich. Siehst du das nicht? Ja, ich seh das schon. Zack. Das war nicht sehr nett. Ihr Schweine, ey. Schön unfair. Na. 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 Du du. Toll. Wie ich extra gewartet habe, ey. Alter, der Sniper, der da in der ekligen Ecke da. Hühner ist hier doch noch irgendwo rum, du Sau. Ja. Ihr habt ihn noch einmal getroffen. Ich musste ja erstmal deinen Kumpan erledigen. Aber ich hab einen, der von euch runtergesprungen ist, schon getötet, bevor der im Spiel war. Boah, wie fies ist das denn so scheiß Kämter, ey. Ist ja widerlich. Nee, nee, nee. Das klappt in dem Spiel aber glücklicherweise nicht. Wieso sind wir schon wieder im Verteidigungsmodus? Ich werd da hier langsam sauer, ey. Alter Schwede. Ach, B wird auch angegriffen hier. Oh. Boah. Ihr kleine Huren. So, jetzt sind wir im Angriff. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Doch. Go, 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 go. Kann man sich nicht ducken in diesem Scheißspiel? Nö. Kann man nicht. Da steht denn jetzt keiner von euch. Da. Oh, es gibt's noch. Naja. Ach ja, das war ganz gut. Warum? Boah. Falsche Taste. Ich glaub, mein Team macht nichts. Also ich glaub, mein Team hat das Spiel noch nicht begriffen. Ich glaub, dass man Leute abschießen kann. Das ist schade. Dafür, dass ihr eben so gut wart in der einen Runde. Ja. Ich weiß nicht. Da hab ich ja auch mehr angeführt, ne? Wollen wir mal oberen. Das ist schon wieder durch die Androßbaue. Nein. Steff doch da ein. Alter, der hat drei Leben. So ein kleiner Pisser hier. Mhm. Und das ist, glaub ich, bloß ein anderer gewesen. Alter, wie kann ich da irgendwas verfehlen? Drei Leute auf dem Haufen, ey. Steven. Alter. Alter. Ich mach die Fäde. Ich das klein geträgt, sorry. So, jetzt hab ich deinen Mate noch geholt. Und jetzt willst du mich doch gleich durch den Tunnel haben, oder nicht? Du bist doch da schon lang gelaufen. Ja! Wie du da reingehst! Oh! Oh! Da hat er mich! Alter, das ist ja immer ein Skull, ey, ne? Da brauch ich nicht kennen. Ja, mit zwei Anläufen. Beim ersten hab ich dich gekillt, bevor du wusstest, was überhaupt phaselt. Und der freut sich auch noch darauf. Ja, weil ich das dann dauernd mache. Aber ich hab... Was mich besonders daran freut, dass ich dich damit auch mal töte. Hahaha. Aber am besten ist, durch den Tunnel durchzuschießen. So. So, wie sieht's aus? Ihr habt gewonnen? Mhm. Plus 10, 59. Joa, immerhin noch Vierter geworden, dafür, dass wir eine Runde verspätet eingestiegen sind. Loi. Was? Na wie? Sag mal, kann das sein, dass das so lange geht, bis einer 100 Punkte hat, dass das auch noch entscheidend ist? Ne. Ich glaub, das hängt auch davon ab. Vielleicht ist es ja wie beim Tischtennis, dass du zwei Punkte Vorsprung hast? Glaub ich nicht. Ja, klar. Mhm. Jetzt reißen wir es noch mal. Ja, hier. Oh, weil wir schon wieder ein Turm. Was soll das denn? Das ist ja widerlich. Oh, ich muss mich kratzen. Am Sack? Ne. Der ist gewaschen. So. Hä? Bist du denn hin? Was denn? Ach, ich weiß, wo du hingegangen bist. Wusste ich's doch, ey. Das... Nein! Ich hab nur, weil ich gegen die scheiß Kante geschossen hab. Oh. Oh! Du kannst das eh nicht. Scheiße. Irgendwie so, ich hab da schon einen abgeschossen. Alter. Wat ne Billo-Taktik. Das ist ja unter meiner Würde. Das mach ich nicht nochmal. Ich hab's nur gemacht, damit ich den Feind besser kennenlerne, weißt du? Mhm. Wie ich hier oben auf dem Dach stehe. Scheiße. So. Das sieht gut aus. Oh, oh, oh. Wie die alle hier sind. Angriff. Los, mein Ass. Geht los hier. So. Wo bist du eigentlich? Ich bin am töten. Alter, kann ich mir schießen, ne? Zack. Was soll ich mir sagen? Ah! Du, ich bin der Beste im Team, ne? Also, soviel zu meinem Team, ne? Ja. Also... Wen haben wir denn da schon wieder? Ja, da kommt der schnell rum, ey. Bist du das? Was? Was? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, wo steckst du, du? Steven... Soll ich dir mal einen Tipp geben? Ich war über dir. Ne, 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 Ne. Ich war auf dem Dach die ganze Zeit und hatte gehofft du rennst noch mal raus. Hau ab da! Geh da weg! Nein! Was? Erledigt? Nee. Nein! Wo kam der her? Alter, aus dem Handgelenk. Aus deiner Mutter. Voll schön. Habe ich überhaupt noch Teammitglieder? Nein. Nein. Die sind nur am sterben. Na, wie ich nichts reiße. Sag mal. Bitte, bitte kommt einer mal. Nein! Tappen, tappen Jungs! Das können die nicht. So, Angriff. Wie verteidigen. Ich denke, wir sind im Angriffsmodus. Hihihi. Oh nee, jetzt verlieren wir das noch. Hier. Nein, das kommt noch eine Runde. Das ist so ein langes Spielchen hier, ne? Nettes Spielchen. Wir gewinnen auch noch. So muss das sein. Oh nein, oh nein, oh nein. Tappen, 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 tappen. Scheiße. So, Angriffsphase. Oh nein, falsche Seite. Komm schon. Jawoll! Nein. Hihihi. Uh. Gut, gut. Aber. Ja, scheiße. Noch eine Runde? Nein. Schade. Kein Stück. Ich denke mal, das war ein langes Match, ne? Ja. Alter, 900 Punkte. Das hat gelohnt, ne? Ja. Ich denke mal, wir können auch hier einen Cut machen, oder? Ja. Würde ich auch mal sagen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, danke auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr abonniert uns und schaut mal wieder rein. Jo. Und kommentieren. Wir können auch gerne mal eine Zeit ausmachen zum gemeinsamen Zocken auf einem Server eurer Wahl. Eurer Wahl. Eurer Wahl. Genau. Oh yeah. Denn wir machen alles, was ihr wollt. Fasser. Steam will nicht mal Geld dafür haben. Der braucht nur Anerkennung. Wir sind eure Huren. Ne, 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 ne. Nicht Tuwoll hier. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding? Hm. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Jo. Dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.